Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Florian Menneken, ich bin, oder beziehungsweise wir sind hier im Rutz Zollhaus, hier bin ich Küchenchef. Wir machen hier im wunderschönen Kreuzberg am Landwehrkanal deutsch-regionale Küche. Im Sommer auf zwei Terrassen, beziehungsweise einem Weingarten, im Winter auf zwei Ebenen. Wir haben hier ein wunderschönes kleines à la carte Restaurant, in dem ich gerade sitze, und unsere Schmugglerscheune, die oben im ersten Stock ist. Und da bewirten wir auch große Veranstaltungen wie Hochzeiten, Firmen-Events oder Weihnachtsfeiern. Wie schon gesagt, wir machen hier deutsch-regionale Küche. Bedeutet, wir machen hier eher so im Wirtshaus-Teil super leckere Gerichte, die mit regionalen Produzenten zusammen und regionalen Produkten zusammen entwickelt wurden. Wenn wir hier im Zollhaus von Wirtshaus-Küche reden, meinen wir den Geschmack unserer Großmütter quasi, den wir hier neu und modern auf den Teller bringen wollen. Wir sind ein Restaurant, das, sagen wir mal, ein bisschen ungebunden, ein bisschen zwanglos hier arbeiten will. Leckere Gerichte, wie zum Beispiel unsere Königsberger Klopse, aber auch zum Beispiel ein Tartar von der Holmsteiner Ferse, auf den Teller bringen und das alles ein bisschen schön anrichten, aber trotzdem den Fokus auf den Geschmack legen und so unsere Gäste hier begeistern wollen. Wenn ihr einen wunderschönen und unvergesslichen Abend haben wollt, in einem ungezwungenen Rahmen für ein nicht allzu großes Budget, dann kommt doch bitte, besucht uns hier im Zollhaus am Landwehrkanal am Karl-Herz-Ufer in Kreuzberg. Wir haben gerade im Sommer unsere Terrassen geöffnet und auch im Winter finden wir hier bestimmt einen schönen, lauschigen Platz bei uns im Restaurant. Und wir freuen uns sehr, das Team freut sich sehr und hoffentlich sehen wir uns bald.